im letzten spiel gab es einen sieg und heute soll es natürlich genauso erfolgreich weitergehen starke aktion er lässt den verteidiger stehen hier haben wir die einblendung so läuft die heimannschaft heute auf wir sehen bei ihnen heute ein 451 aber offensiv ausgerichtet und entsprechend stehen die mittelfeldspieler vergleichsweise superparade den kopf und die möglichkeit da hätten sie in führung gehen können gehen müssen sehe ich ganz genau so war natürlich eine riesen chance das war marien holt jetzt akhmet auf klasse zu spiel jetzt vielleicht den schuss setzt er knapp daneben nicole stanzio das war der gut auf außen ist platz ball kommt rein richtig gut vom torwart den hat er sicher macht er gut hier wir sind noch früh im spiel da reicht freistoß auf jeden fall hier muss er nicht auch noch eine karte zeigen das könnte jetzt ein konter werden da kommen sie im ball besitzt sehr gutes täglich die chance jetzt vielleicht zum konter ausgaben so das ist abseits brauchen wir gar nicht lange diskutieren wir belegen das mit der zeitlupe das gespannt hat sofort gesehen und nun hulk er bekommt hilfe er lässt sich da nicht aufhalten die flanke fängt ab sehr gut gemacht sieht einfach aus aber ist einfach technisch extrem stark guter passt so machen sie das spiel breit nicole stanzio claudio käserü gute ball führung und das will er jetzt alleine machen der geht nicht rein jetzt vielleicht die gefahr erstmal bereinigt aber die parade davor die war klasse und jetzt wissen sie bei wem sie sich bedanken dürfen der ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst das könnte gefährlich werden hulian also das hätte mich dann doch sehr gewundert wenn der reingeht also der winkel einfach zu spitz ein 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 alexandro chips nikolai stanzio klasse einsatz aber kommt auch an den ball odile akmedow er zurück super pass schöne zu spiel gute chance der passt ganz genau fast nur dann ins tor buschi eine frage auf diese zeitlupe absicht oder glück von beiden etwas wolf auf jeden fall kommt der ball am ende so präzise dass es da nichts zu halten gibt sie sind jetzt also in führung 10 nikolai stanzio alexandro chips juli und nun hoch akmedow das war wichtig dass er da an den ball kommt machte ihn kein tor das war natürlich eine riesenparade unglaublich was für ein reflex so ecke kommt sie können nichts aus dieser szene machen ja jede menge druck jetzt und jetzt der schuss das war einfach und er hatte ball mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor sie suchen das loch in der abwehr jetzt vielleicht das tor sorgt hier erstmal für klare verhältnisse und mit dieser führung im rücken da können sie jetzt ihr spiel aufziehen kurze distanz kein thema für ihn das macht er ganz souverän schaut doch gut aus es steht 2 zu 0 bisher spielen sie hier ohne große probleme nikolai stanzio kaiser rühe chips juli claudio kaiser rühe er versucht eine gute möglichkeit hier es gibt ecke chance zum anschlusstreffer kein tor und wenn sie diese chance vergeben wie wollen sie dann wieder rein finden in diese partie jetzt wird schwer chance erstmal vorbei der spieler ist dazwischen gegangen ganz sicher auch dieser ball kommt an schöne aktion steig gespielt gute idee hulk wahnsinn gehalten doch das war schwer das war richtig schwer was für eine parade jetzt der ball da ist der keeper ganz energisch der ball ist was für ein tor ein überragender schuss hat alles gepasst das war ein super volley ja nicht wirklich einfach aber der hat eine super technik und diese führung ist doch mehr als deutlich er hat die technik um so einen auszupacken und nun hulk oscar jetzt am ball tolles zuspiel steig gespielt erhält ihn unglaublich das war eine tolle chance und da muss er schon sein ganzes können zeigen der ball ist im tor aus es gibt ecke ecke kommt die bei geht auf nummer sicher faustet diese ecke erst mal weg vier minuten gibt es als nachspielzeit odil akmedow und er gibt ihn er gibt elf meter er trifft hier eindeutig den gegenspieler das war ein klares faul da lässt er dem schiedsrichter wirklich keine andere wahl er macht das tor gut der elfer diese chance lässt er sich nicht entgehen überzeugen verwandelt wirklich souverän gemacht auch auf diesem niveau nicht selbstverständlich eindeutiges resultat bis hierhin nicole stanzio das könnte der gelegenheit werden klasse täglich und oscar hulk jetzt claudio keserü und nun hulk das war die erste hälfte in einem spiel die erste hälfte war ganz schön einseitig mal sehen ob es jetzt mehr gegenwehr gibt sie suchen die lücke der angriff sah gut aus aber dann kommt doch noch ein gegenspieler dazwischen er packt gefährlich ich weiß nicht ob der schuss von dort die beste idee war also keine gefahr auf jeden fall fürs tor und nun hulk schöner pass gefährlich schuss versuch kein guter schuss der geht weit vorbei die fans sind sauer sie brauchen ballbesitz und schaffen es nicht nicole stanzio er hat das bislang sehr sehr ordentlich gemacht er konnte ja jede schöne aktion der geht daneben und da haben doch ein paar meter gefehlt kugin yang er überzeugt heute als passgeber toller pass das ist ja 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 ist sein spiel immer auf höhe der verteidiger wenn es gut geht hat er freie bahn aber hier war es abseits komische stimmung hier im stadion es ist extrem ruhig geworden ja nicht mal pfiffe hört man und die wären ja nun wirklich berechtigt aber die fans müssen sich wohl auch erst mal sammeln kugin yang klasse zuspiel gute chance da kommt der schuss gute chance aber kein tor und da wird der trainer nicht zufrieden sein so was müssen sie rein machen das war marien buskas jetzt müssen sie aufpassen und 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 da ist der ball wieder weg nicole stanzio wird gut wird gut dazwischen weg ist der ball da haben sie platz jetzt vielleicht der konter kugin yang u guter pass klasse gespielt guter steifers kai tor ist doch nicht zu glauben aber den hätte besser platzieren müssen nicole stanzio da trennt er ihn fair vom ball kudin yang holt jetzt